Guten Morgen! Es ist Dienstag, den 24. März und ich gucke Frühstück. So, was haben wir? Wir haben eine Banane, zwei Eier, ich werde Rühreier machen und wir haben Obst, so Himbeeren und Erdbeeren und auch Brombeeren. Und ich werde Rühreier machen, da ist der Butter und hier im Ofen haben wir Speck. Speck im Ofen ist viel besser als auf dem Herd. Na, Tobi, was sagst du? Hallo Tobi, guten Morgen! Jeden Morgen trinke ich Kaffee. Okay, jetzt machen wir Rühreier. Und ich mache der Herd auf. Hallo Tobi! Und hier haben wir Butter. Gass liest ein Buch. Ja, der Fisch. 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 Der Fisch. Ja. Ich habe Hunger. Tobi hat einen Stift. Gib mir das. Danke schön. Und hier haben wir heißes Butter. Eins. Zwei. Zwei. Und ich rühre die Eier gerade in der Pfanne. Zwei. Das ist eine Bisse zu heiß. Zwei? Das ist gut. Und rühre rühre. Der Radar in der Pfanne. Tobi, was magst du? Klaus, magst du? Danke. Und, guck mal. Ja, Speck. Und jetzt sind die Eier fast fertig. Ein bisschen Salz. Und. Tobi, was magst du? Ein bisschen. Was? Das. So. Danke. Na und, wie schmeckt's? Der Speck ist fertig. Guck mal. Perfekt. Speck. Tobi, wie schmeckt's? Paprika. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.